So, herzlich willkommen Leute. Heute ein Video zu Herr Tierfreund. Andere bezeichnen ihn auch als Herr Omnifreund. Und heute möchte ich mal ein paar Aussagen von ihm auseinandernehmen, da er die Veganer angegriffen hat. Und er mit so einer Aussage, so einer Nico Rübnau Aussage ankommt, wie ihr schadet dem Veganismus. Also Veganer schaden dem Veganismus. Und da wollte ich drauf eingehen und hören wir uns einfach mal an, was er zu sagen hat und ich werde das kommentieren. Also Herr Tierfreund ist ein Pikmi Veganer, das heißt ein Veganer, der wird sich immer der Meinung unterordnen, die der Mehrheit am besten in den Kram passt. Also der positioniert sich ganz klar auch für die Omnivoren, nicht nur für die Veganer, sondern auch für die Omnivoren. Und trifft Aussagen wie zum Beispiel diese hier. Also es ist völlig in Ordnung, dass man Tierprodukte isst. Lass uns das nochmal. Wenn du sagst, Veganer ist nichts für dich und du isst jetzt weiterhin Fleisch, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Ja siehst du, dann ist das für ihn völlig in Ordnung. Es ist für ihn völlig in Ordnung, wenn man Tierprodukte isst. Es ist für ihn völlig in Ordnung, dass man kein Veganer ist. Da kann man nur sagen, der hat nichts verstanden, von Grund auf nichts verstanden. Der 0815 Pikmi Veganer, 0815 Lip Service leistet er hier in seinen ganzen TikToks. Das kann nur Virtue Signaling sein, weil der kann es ja nicht ernst meinen, ansonsten würde er sowas niemals treffen. Worum es immer geht bei diesen Pikmi Veganern, bei den Reduktionisten, bei den Menschen, die Softaktivismus betreiben und das Problem einfach nicht sehen. Die haben nicht verstanden, worum es geht. Die haben nicht verstanden den Unterschied zwischen Reduktionismus und Abolutionismus. Die verstehen nicht, dass du völlig logisch inkonsistent handelst und in keinem anderen Kontext deine Position verteidigen würdest. Wärst du dafür, dass man Vergewaltungen reduziert? Würdest du zu einem Vergewaltiger sagen, ich bin dafür, dass du weniger vergewaltigst? Oder würdest du sagen, ich bin dafür, dass du gar nicht vergewaltigst? Würdest du zu einem Mörder sagen, du sollst aufhören zu morden? Oder würdest du sagen, nee, du mordest viermal im Jahr, morde mal zweimal im Jahr? Dann würdest du das sagen, nein, würdest du nicht. Du kennst Abolutionismus, in allen Kontexten bist du für Abolutionismus, aber nicht im veganen Kontext. Als Veganer, da bist du nicht für Abolutionismus. Du findest es in Ordnung, dass nicht veganer Tierprodukte essen? Wenn du sagst, vegan ist nichts für dich und du isst jetzt weiterhin Fleisch, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Wie kann so jemand sich als Veganer bezeichnen? Wie ist sowas vegan? Also ihr müsst verstehen, wenn er sagt, er findet das in Ordnung, dass Menschen Tiere ausbeuten, vergewaltigen, schänden und ermorden lassen. Well, wie bist du dann ein Veganer? Ein Veganer versucht auch genau das zu verhindern. Ein Veganer bedeutet, du bist genau damit nicht in Ordnung. Ja, und er sagt, er ist damit in Ordnung. Also was für eine Art von Veganer ist das? Ja, Pick-me-Veganer nennt man die. Aber das ist wirklich, das ist eine Aussage, da kann man einfach nur den Kopf schütteln. Und wir gucken uns hier einen weiteren Clip an, der hat nämlich einen Clip gemacht gegen die militante Veganerin und hat hier natürlich einen Blödsinn erzählt, dass es einfach nicht zu fassen ist. Und der Herr Tierfreund hat ein mega großes Following und gehört kritisiert. Und von allen Seiten, ich kann euch nur allen empfehlen, kritisiert ihn. Ich werde natürlich sein TikTok hier unten verlinken, damit ihr auch schnell auf seinem Channel findet. Und dann konfrontiert ihn und vor allem konfrontiert ihn mit Logik, da er eine Person ist, die leider keine Ahnung von Logik hat und nicht verstanden hat, was Veganismus bedeutet. Von daher hier unten einmal natürlich sein TikTok-Account. Und ich sage gleich ganz am Ende noch was, was Thema Debatten angeht. Aber hören wir uns einfach mal an und gehen das mal logisch durch mit Logik. Was er hier sagt, ist das logisch, konsistent? Hält das einer Gültigkeitsprüfung stand oder nicht? Let's see. So schaden militante Veganer dem Veganismus. Dazu kann ich sagen, kein militanter Veganer Militant, kein militanter Veganer schadet dem Veganismus. Das ergibt keinen Sinn, wenn jemand rausgeht und mit dem Megafon rumschreit und so. Dann setzt er einen Samen bei denen im Kopf. Wer sich mit Psychologie auskennt, kennt vielleicht den Sleeper-Effekt, sich mal damit beschäftigen. Und natürlich, wenn du sagst, dass das schade, dann sagst du, dass wenn die das nicht gemacht hätten, wäre das besser für den Veganismus. Wenn die nicht rausgehen mit dem Megafon und mit Schildern, dann ist das besser für den Veganismus. Könnt ihr euch diesen Blödsinn geben? So, und dann hören wir uns an, was die sagt. Warum isst du mich? Genau. Also, warum isst du mich? Was ist da dann verkehrt? Also, die ist als Kuh, hat sich verkleidet und sagt, warum isst du mich? Wo ist das Problem? Wo ist da irgendeine falsche Aussage? Oh, die ist Vegetarin. Okay, dann trinkt sie also die Milch von Kühen. Ja, dann vergewaltigst du mich. Was ist daran verkehrt? Herr Tierfreund, du wirst auch hier aufgefordert, von mir offiziell live vorzutreten und dich einer Debatte zu stellen. Nur du und ich, ich habe einen Stage-Debattenraum, da können wir uns treffen und eine Debatte halten. Dann wirst du mal versuchen, deine Position, die du hier sagst und hier sagst, zu verteidigen. Da kann keiner dazwischen sprechen. Das ist ein Raum, da sind wir beide auf der Stage und da kann niemand dazwischen quatschen. Deswegen stell dich mal einer Debatte und verteidige mal deine Position. Aber wir wissen natürlich, dass du das niemals machen wirst. Ja, also ist das natürlich vergebens. Aber bitte auch hier sagen, was sie hier Falsches sagt. Sag, was sie hier Falsches sagt. Und wenn du dich nicht traust, komm wenigstens auf Discord und schreib es wenigstens. Genau, also warum hat er diese Szene gerade gezeigt? Was war, wo war da irgendeine falsche Aussage? Und dann hier der nächste Punkt. Du magst doch Tiere, du isst gerade ein Tier. Also ist irgendwas falsch an dieser Aussage? Die isst ein Tier. Also wo ist da irgendwas Falsches an dieser Aussage? Das ist ganz genau das Problem mit Soft-Veganern. Einfach nur irgendwas zeigen, was der Allgemeinheit nicht gefällt. Was den ganzen Omnis nicht gefällt. Was den ganzen Vegetariern nicht gefällt. Sowas hier gefällt dir nicht. Und deswegen zeigt er das. Das ist nichts anderes als purer Hetze. Weil hier kann man ja nichts Falsches finden. Die macht ja nichts Falsches. Er wurde getötet wegen deinen Eltern, die dafür gezahlt haben. Und dann stand da noch irgendwas. Du musst keine toten Tiere essen. Was ist falsch an diesen Aussagen? Und da wird auch ein Bild hochgehalten, wo halt massakrierte Tiere wahrscheinlich zu sehen sind. Was ist daran verkehrt? Und hier wieder eine Logiküberprüfung, Herr Tierfreund. Und würdest du auch dagegen reden, wenn diese Personen hier Hunde und Katzen essen würden? Würdest du dann auch sagen, das ist falsch? Und dann die nächste logische Ausweitung ist, wenn die Menschen essen würden. Würdest du dann auch sagen, dagegen sollte man nicht protestieren, hier mit Megafon und Bild. Würdest du da dieselbe Position vertreten? Nein, oder? Da würdest du sagen, das ist nicht in Ordnung. Das müssen wir mit allen Mitteln verhindern. Und dann zum ersten Mal, dann klingelt es dann, glaube ich. Und wenn du sagst, oh, das ist etwas anderes, oh cool, ich lade dich sowas von auf eine Debatte ein, wo du mir den Unterschied erklären wirst, warum man Softaktivismus im Tierkontext betreiben kann, aber nicht im menschlichen Kontext. Dann muss es ja einen Eigenschaftsunterschied geben. Was ist dieser Unterschied? Herr Tierfreund, natürlich ganz klar, wenn man seine Videos anguckt, hat auch noch nie im Leben was von NTT gehört. Also, ja, das ist einfach nur traurig mit anzusehen. Also, so jemand nennt sich hier Tierfreund, der sowas hier zeigt und das so tut, als wäre es irgendwas Falsches. Es ist wirklich... Okay. Ihr kennt mich ja, ich lebe vegan, ich respektiere Menschen, die Fleisch essen immer noch als... Ja, du lebst nicht vegan, du isst pflanzlich, du hast mit Veganismus nichts am Hut. Also, wie jemand, der sagt, jemand, der sowas sagt, ist nicht vegan. Kein Veganer sagt, ja, es ist okay, Tierprodukte zu essen. Du sagst, vegan ist nichts für dich und du isst jetzt weiterhin Fleisch. Dann ist das für mich völlig in Ordnung. Ja, sowas ist natürlich kein Veganer, also ich bitte euch. Auch das, wenn du kannst versuchen, diese Position zu verteidigen, diese Position, dass man Tiere essen darf, dass ein Veganer sagen kann, dass man Tiere essen darf. Verteidige mal diese Position, du hältst doch diese Position. Verteidige sie doch einfach mal. Ja, du kannst sie doch verteidigen, wenn du sie nicht verteidigen kannst, warum hältst du sie? Und ich kann dir mit hundertprozentiger Garantie garantieren, dass du deine Position nicht verteidigen kannst. Aber wir wissen natürlich, ich habe dich natürlich auch schon herausgefordert hier, ich habe dir ja irgendwo geschrieben, dass du dich stellen sollst, aber natürlich wirst du das niemals machen, ist ganz klar. Auch die militante Veganerin hat dich natürlich herausgefordert, aber wir wissen natürlich alle, dass du das niemals machen wirst. Also es wird niemals ein Softaktivist gegen einen echten Veganer antreten. Also wir wissen ganz genau, warum sie niemals antreten werden, weil sie natürlich wissen, dass sie falsch liegen. Und natürlich, wenn du einfach mal eine logische Ausweitung machst deiner Logik und wirst du schnell feststellen, dass du nur abolitionistisch sein kannst. Und da er das nicht ist und Reduktionist ist und auch noch sagt, es ist okay, Tierprodukte zu essen, ist natürlich klar, dass er sich niemals eine Debatte stellen wird. Der wird natürlich immer davor weglaufen, für den Rest seines Lebens. ... Mensch, aber genau das scheint für manche Ex-Termine noch als Mensch. Aber genau, ihr kennt mich ja, ich lebe vegan, ich respektiere Menschen, die Fleisch essen, immer noch als Mensch. Aber genau das... Und dann benutzt er hier noch Psycho-Tricks hier. Ich lebe vegan, ich respektiere Menschen, die Fleisch essen, immer noch als Mensch. Aber hat irgendjemand irgendwas anderes behauptet? Kannst du im Video zeigen, wo hast du hier jetzt rausgezogen, dass sie meint, dass das keine Menschen mehr sind? Hat sie gesagt, ja hier, ihr seid keine Menschen mehr oder was? Also was sollte dieser Kommentar jetzt? Was willst du damit sagen? Ich lebe vegan, ich respektiere Menschen, die Fleisch essen, immer noch als Mensch. Wer respektiert Menschen nicht als Mensch, die Fleisch essen? Also warum sagst du das? Völlig off-topic, niemand hat irgendwas behauptet. Wisst ihr, wie man sowas nennt? Ein Strohmann-Argument. Genau das scheint für manche Extremisten ein Problem zu sein. Extremisten, also ihr seht an seiner Wortwahl, wohin die Reise geht. Also es ist einfach nur insane. Würdest du solche Menschen auch als Extremisten in anderen Kontexten bezeichnen, wenn die versuchen würden, Menschen zu befreien aus Schlachthäusern, wo sie durch den Fleischwolf gedreht werden? Oder Hunde und Katzen, die durch den Fleischwolf gedreht werden? Würdest du dann auch sagen, das sind Extremisten, die mit Schildern rumlaufen und sagen, lass die Tiere frei oder ihr seid Mörder oder was auch immer? Würdest du sie dann auch als Extremisten bezeichnen? Nein? Ja. Da haben wir den Widerspruch. Also bist du logisch inkonsistent? Und sie ist nicht logisch inkonsistent, deswegen tut sie das, was sie tut. Weil sie ganz genau weiß, was Logik ist. Die kennt sich mit Schlussfolgerungslehre aus. Deswegen, ja, also, Herr Tierfreund, was für eine Leistung? Oh, hier ist eine Kameraaufnahme. Was sagst du jetzt? Speziesismus vorgeworfen wird oder ich als Pikmi-Veganer bezeichnet werde, weil ich Menschen, die Fleisch essen, mit Respekt begegne. Und man kann denen mit Respekt begegnen, aber das ist ja wohl, man darf den Menschen ja wohl so begegnen, wie die militante Veganerin das gemacht hat, um dagegen zu kämpfen, was für ein Massaker an den Tieren angerichtet wird, oder? Du würdest es in jedem anderen Kontext akzeptieren, nur nicht in diesem Kontext, also im Tierkontext. Und nur im Nutztierkontext, nicht im Haustierkontext, würdest du genauso rumschreien, wie die militante Veganerin. Einfach nur logische Inkonsistenz. Sowas nennt man Pikmi-Veganer, also, ja. Niemandem etwas vorschreibe. Ja, du würdest, du würdest niemandem etwas vorschreiben, auch akzeptierst du, nur in diesem Kontext, in jedem anderen Kontext, wenn du herausfinden würdest, dass in diesem und diesem Schlacht aus Menschen durch den Fleischwolf gedreht werden, dann würdest du das nicht akzeptieren, ne, ganz urplötzlich. Weil es gibt einen Unterschied, okay, dann kannst du bestimmt den Unterschied benennen, oder? Niemandem etwas vorschreiben. Da würdest du es denen vorschreiben, da wärst du dafür, dass ein Gesetz eingeführt wird, zu verhindern, dass die Menschen durch den Fleischwolf drehen, oder die Hunde und Katzen. Und jeder echte Veganer ist dafür, dass Gesetze eingeführt werden, die verhindern, dass Schweine und Kühe durch den Fleischwolf gedreht werden. Also, natürlich sind wir für ein Verbot, also natürlich wollen wir Menschen vorschreiben, was sie zu essen haben, weil sie Leid damit verursachen. Das ist nun mal keine persönliche Entscheidung, ne, was für ein Tier du durch den Fleischwolf drehst. Siehst du, es ist ja auch keine persönliche Entscheidung, wenn du Hunde und Katzen durch den Fleischwolf drehst, oder? Siehst du? Einfach mal ein bisschen nachdenken. Ja, und dann sagt die, die Hühner wollen nicht sterben. Was ist daran verkehrt? Wollen die Hühner sterben? Willst du vielleicht die Position verteidigen, Hühner wollen sterben? Oder warum zeigst du diesen Clip hier? Die ist in der Filiale und schreit, dass die Menschen aufhören, diese Kadaver zu essen. Da bist du dagegen als Veganer? Was ist los mit dir? Hören sie auf, Tiere zu töten. Bist du auch dagegen, gegen diesen Spruch, oder warum zeigst du das gerade? Und du bist dagegen, dass Menschen sagen, man soll Tiere nicht töten? Also, was, bist du ein Anti-Veganer, oder was? Sie schicken sie zum Schlachthof, äh, zum Schlachthof. Ist irgendwas daran verkehrt? Was war daran verkehrt? Warum hast du diesen Clip gezeigt? Welche Aussage war hier verkehrt? Sie sind eine Tiermörderin. Sie ist eine Tiermörderin. Ist irgendwas daran verkehrt, an dieser Aussage? Ich sag euch eins. Ihr seid der Grund, warum Veganismus so negativ behaftet ist. Ja, genau. Die Veganer, die Aktivismus betreiben, die verhindern wollen, dass Tiere massakriert, geschändet, vergewaltigt und ermordet werden, die sind das Problem beim Veganismus. Ne, Leute, hört euch das mal an. Aufdringlich, angreifend, verurteilend. Ich feiere es auch nicht, wenn... Verurteilend, verurteilend. Das ist wieder so eine, wie ich schon in einem der letzten Videos gesagt habe. Du verurteilst das nicht. Du verurteilst nicht, dass andere Menschen Tierprodukte essen. Stell dich einer Debatte und verteidige diese Position mal in einem anderen Kontext. Ne, und wenn du sagst, dieser Kontext gilt aber nicht, also, das ist was anderes, das ist ja immer das Beste. Wenn du sagst, das ist was anderes, dann musst du den Unterschied benennen und das kannst du nicht. Ne, da gibt es ein System, das heißt, name the trade, aber komm einfach mal in eine Debatte und nenn mal den Unterschied, warum du das in einem anderen Kontext dann nicht so vertreten würdest. Wenn jemand Fleisch ist, aber ich maße mir nicht an, jemandem vor... Verurteilend. Also, hier diese ganzen Punkte, die ihr hier erwähnt. Aufdringlich. Da wärst du aufdringlich. Angreifend, verurteilend. Angreifend, verurteilend. Ich feier's aufdringlich. Angreifend. Da wärst du auch angreifend. Da wärst du auch verurteilend, ne, in allen anderen Kontexten. Verurteilend. Ich feier's auch nicht, wenn jemand Fleisch isst, aber ich mag... Ja, du feierst es nicht, du sagst, du akzeptierst, wenn andere Tierprodukte essen. Wie, was ist mit dir? Ich mache mir nicht an, jemandem vorzuschreiben, was er zu essen hat. Du machst dir nicht an, was jemand anderes zu essen hat? Schon wieder so eine Position, die du natürlich nicht verteidigen kannst. Schon wieder, ne. Ich kann nur immer wieder das Gleiche machen, weil der ist ja nicht da. Versteht ihr, was soll ich anderes machen? Komm in die Debatte und sag, dass jeder essen darf, was er will. Verteidige die Position, jeder darf essen, was er will. Ich kann dir jetzt schon ein Konter dagegen geben. Du sagst, jeder darf essen, was er will. Okay, darf man Hunde und Katzen essen? Darf man menschliche Babys essen? Ne, und jetzt kommst du am besten mit Gesetz. Gesetz, ne. Ich werde euch mal ein Video unten verlinken, was ich letztens gemacht habe. Das Gesetz, wenn jemand mit Gesetz ankommt. Oh, Herr Tierfreund würde in einer Debatte garantiert mit Gesetz ankommen. Nein, aber das ist ja verboten. Okay, sagen wir, es ist erlaubt. Was sagst du dann? Ne, und dann wirst du ganz schnell feststellen, oh, Gesetz war einfach nur eine Fassade, die ich benutzt habe, ne, weil in Wirklichkeit, äh, bist du natürlich aus anderen Gründen dagegen, ne, aus denselben Gründen, aus denen du auch jetzt dagegen sein solltest, dass Tiere gefarmt werden und es absolut nicht okay ist, dass Menschen Tierprodukte essen. Ich fokussiere mich auf die Menschen, die offen für Inspiration sind, nicht auf die, die es nicht interessiert, weil das einfach kontraproduktiv und Zeitverschwendung ist. Okay, kann man nur als Rambling abschämpeln. Ihr seid alle Heuchler, wenn ihr ein Friedenszeichen macht, aber nicht vegan lebt. Genau, was war jetzt an der Aussage verkehrt? Die sind Heuchler, wenn die ein Friedenszeichen hochhalten, aber Tierprodukte essen. Was ist daran verkehrt? Was ist daran verkehrt? So wäre ich niemals vegan geworden. Ja, dass du so niemals vegan geworden wärst, äh, okay, ich wäre so vegan geworden. Ich, äh, sag schon immer, ich wünschte, jemand hätte mir in den Arsch getreten und nicht, äh, Kahn ist Pandering betrieben, sondern mir knallhart die Wahrheit gesagt. Äh, was für einen Scheiß ich dort mache und dass ich ein schlechter Mensch bin zum Beispiel. Alles, alles, was, was die Palette nur hergibt, weil ich so schnell vegan geworden wäre. Ne, weil das schlechte Gewissen ist das, was dich vegan macht. Und nicht irgendwelche Rezepte, die man verteilt. Ja, und das sagte die militante Veganerin auch ständig. Und, äh, jetzt hast du diesen, diesen Ausschnitt, äh, von dem hier gewählt. Was ist damit? Bin ich vegan geworden. Ja, schön für dich, dass du so vegan geworden bist. Ich wäre so nicht vegan geworden. Ich wäre nur vegan geworden auf die, äh, militante Art und Weise. Also genau so, wie die militante Veganerin es gemacht hat. Ne, was sagst du jetzt? Respekt ist einfach die Grundlage, nicht jemanden. Ja, was hat das mit Respekt zu tun? Äh, die Omnis respektieren das Leben der Tiere nicht. Hast du schon mal daran gedacht? Wo ist da der Respekt? Warum verteidigst du jemanden, der, äh, sinnlos Tiere ermorden lässt? Warum, äh, verteidigst du die und sagst, äh, für die sollte man Respekt haben? Was mit den Tieren? Frag die Omnis mal, warum die keinen Respekt vor den Tieren haben. Vor Lebensrechten der Tiere. Zu verurteilen oder sich als was best... Ja, verurteilen. Du verurteilst natürlich nicht, ne? Komm, verteidige mal deine Position, ey. Das zu betrachten. Denk mal drüber nach. Ja, also, ne, dieses Video, was für ein desaströser Clip. Also, von vorne bis hinten, alles falsch, alles, was er sagt. Die einzige Katastrophe. Natürlich, äh, äh, würde er sich niemals trauen, eine Debatte zu stellen, die ich natürlich veröffentlichen würde auf meinem YouTube-Kanal. Und, äh, das wäre, das wäre einfach nur ein Fest, ne? Äh, würdest du mal versuchen, äh, die alle Punkte, die du hier gesagt hast, zu verteidigen in einer Debatte, ne? Dann würden wir ganz genau sehen, wer recht hat. Na, aber ich sehe schon hier, äh, 6.000 Likes. Da weißt du, was los ist. 479 Kommentare. Und natürlich kriegt ihr ja Zuspruch ohne Ende. Es ist, ähm, es ist einfach nur ein Trauerspiel. Aber wir kennen das, ne? Wir kennen das leider. Was soll man davon sagen? Wir kennen das aus der veganen Szene, ne? Ob das Pierre Kraftfutter ist oder irgendwelchen anderen Leuten, ne? Boah, man darf Tierprodukte essen. Oh, man darf Veganismus ablegen. Oh, man darf Softaktivismus betreiben, ne? Keine Dislikes auf den Videos, ne? Alle, die Veganer feiern das. Und man denkt sich nur, was ist nur los mit euch? Sehr, sehr schade, ne? Aber es gibt natürlich Abolutionisten. Es gibt natürlich die echten Veganer, die sich hier zum Beispiel versammeln. Und, ähm, die einzigen Veganer, die sich natürlich auch stellen, einer Debatte stellen und, äh, nicht wie die anderen, wie YouTube Rambos einfach nur einen Kommentar schreiben und weglaufen, ne? Genau. Das kennen wir von allen anderen, ne? Die einzigen, die sich stellen, die ihre Argumente überprüfen lassen, die sich eine Debatte stellen und, äh, sagen, okay, wo sind deine Gegenargumente und es eine Debatte hin und her gibt und man herausfindet, wer die bessere Position hält, ne? Das trauen sich nur Abolutionisten. Ist natürlich ganz logisch, aber, äh, ja, vielleicht sollte man, äh, die richtige Position einnehmen, ne? Die Position, die man verteidigen kann, ne? Und du kannst nur die abolitionistische Position verteidigen, sonst müsstest du Reduktionismus natürlich in den anderen Kontexten akzeptieren. Und ja, dann kann man dir auch nicht helfen, ne? Wenn du denkst, man sollte vor einem Schlachthaus stehen, wo Menschen, äh, die Kehle aufgeschnitten wird, die an den Füßen aufgehangen werden, um zum Ausbluten und durch, äh, durch, äh, Babys, durch den Fleischwolf gedreht werden, du würdest davor, äh, vor dem Gebäude Rezepte verteilen, ne? Ja, ganz genau. Von daher, ähm, kommt auf Discord, Leute. Da wird euch geholfen, ne? Da könnt ihr euch weiterentwickeln, falls ihr eurer Position noch unsicher seid oder vielleicht ein Follower von Her Tierfreund seid oder sowas, ne? Also, vielleicht kann man da euch mit Argumenten weiterkommen, ne? Mit Argumenten und euch aufzeigen, dass ihr die falsche Position vertretet. Ich respektiere dich, wenn du Fleisch isst. Ich respektiere dich, wenn du Sklaven hältst. Ich respektiere dich, wenn du Landwirt bist. Ich respektiere dich, wenn du Sklavenhändler bist. Ich respektiere dich, wenn du vegan bist. Ich respektiere dich, wenn du gegen Sklavenhaltung bist. Egal, wie ihr da draußen euer Leben lebt, ich habe nichts gegen euch persönlich. Egal, wie ihr andere Leben ausbeutet, ich habe nichts gegen euch persönlich. Wenn du sagst, vegan ist nichts für dich und du isst jetzt weiterhin Fleisch, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Wenn du sagst, ohne Sklavenleben ist für dich nicht möglich, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Ich respektiere dich dann immer noch genauso wie jeden anderen Menschen auch, der vielleicht vegan lebt. Da mache ich keinen Unterschied. Ich respektiere dich dann auch wie jeden anderen Menschen, der vielleicht gegen Sklavenhaltung ist. Ich sehe da keinen Unterschied.